Und jetzt spiele ich einen Schottisch auf dem Hauser Toni, der heisst So ist Recht. Den habe ich jetzt ganz frisch aufgenommen und kommt nächstes auf einer Platte raus. Und dort ist ein Foto von diesen Hauser-Buben. Da ist der Toni drauf, der Franz und der Hamt Frey, der Klavierspieler und der Kaiser-Carrient Bass. Das war's. 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 Musik Musik